Hallo Welt! Da sind wir wieder hier im Versteck des Mechanist. Und das ist sehr viel größer als wir dachten. Und es gibt sehr viel weniger Munition, als uns lieb ist. Ich weiß, da ist eine Tür. Aber erstmal Munition suchen. Das heißt... Oh, hier ist auch eine Tür. Verriegelt. Ja, diese Kühlelemente. Das erschwert die Sache noch einmal. Ganz schön. Terminal Zugriff. Uh. Moment. Ja, und das Problem ist, wir können die ganze Zeit nicht speichern. Das ist unsere größte Sorge. Und was passiert, wenn ich jetzt mal aufs WC muss? Das ist Nötigung. Ach, wir machen das schon. Komm. Ach, da ist doch Munition. Wir rennen die ganze Zeit dran vorbei. Na dann, ist doch klar, dass das nicht gibt's. Oh nein! Oh yeah! Ich freue mich schon. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Farron. Sind sie in Ordnung? In der Situation wird er uns viel erzählen, oder? Wir untersuchen ihn erst mal. Ihr Gefängnis. Oh, Entschuldigung. Wir müssen das alles hier beenden. Und die Wachen? Woher hatte der Broker die Söldner? Er hat eine Privatarmee aufgestellt. Sie sind absolut Leuer. Oh, Entschuldigung. Shepard, wir haben wirklich keine Zeit. Was ist mit dem Shadow Broker? Was wissen Sie über den Broker? Er hat mir das angetan. Und? Achso, keine Einzelheiten. Ich habe auf den Stromstarkschlag gewartet, aber... Ja, was ist mit den Einzelheiten? Ich hatte gehofft, Sie wüssten, was er ist. Ich habe ihn nie deutlich gesehen. Aber er ist groß. Die Wachen haben Angst vor ihm. Ein Kroganer? Ich weiß nicht. Aber nicht jeder, der sein Büro betritt, kommt auch wieder raus. Ja gut, wir gehen. Alle. Einfach oder nicht, wir kommen alle hier raus. Gut. Die Operationszentrale ist am Ende der Alle. Sie wissen, dass der Shadow Broker auf Sie wartet, oder? Ich zähle fest darauf. Wir kommen dich holen, Farron. Ich gehe nirgendwo hin. Alle Teams sind eine große Post-Netzel. Oh nein, oh nein, oh nein. Und, 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 und. Und wir konnten nicht mal... Wo können wir uns verstecken? Wir konnten nicht mal abspeichern. Breche Kontakt ab. Aber hier sind jetzt Scheiben drin, neuerdings. Reduziere Distanz. Aufreißen im Einsatz. Die Justikarin hat es richtig gemacht. Sie ist gleich da hinten in Deckung gegangen. Oh, okay. Ich hole sie von den Füßen. Ist hier noch Platz vor uns? Wieso konnte es lieber rüberspringen? Wir können nicht rüberspringen. Doch, wir können rüberspringen. Neu positionieren. Ach. Leara war die Beste. Gleich rein ins Gefecht. Egal. Ist er besser? Wenn man da sitzt jetzt? Sicht stören. Ich halte sie fest. Bist du sicher? Kann ich dir trauen? Angebrochen zielen. Und der Schuss. Ja. Rover erledigen. Wo will er hin? Ach, zwei nur noch. Ja, aber einer steht hier direkt an die Ecke da. Und der hat Schilde. Noch. Nicht schlecht, die Justikarin. Rover erledigen. Der Letzte. Angriff auf Ziel. Rover auf der Feld. Breche Kontakt ab. Nein. 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 Rover erledigen. Da ist immer noch einer. Das ist der Letzte. Das werden Sie beschäftigen. Ist der tot? Der ist tot. Ah. Ah. Keine Munition lassen sie uns hier. Beziehungsweise keine Kühlelemente. Aber naja, vielleicht war es das ja jetzt auch. Ich kann nicht glauben, dass Sie hier sind. Vorsicht. Der Broker weiß, dass Sie hier sind. Ich kann nicht glauben, dass Sie hier sind. Vorsicht. Der Broker weiß, dass Sie hier sind. Okay. Wir können nicht speichern die ganze Zeit. Ja, ist ja eigentlich nicht so tragisch, aber... ...die Speicherpunkte sind doch wie immer sehr rar gesät. Also müsste man wahrscheinlich noch mal von vorne anfangen, wenn man jetzt stirbt. Ja, von da, wo man letztens... Ja, hier könnte einer sein, oder? Geht nicht. Aha. Da machen wir nur auf uns aufmerksam, aber anschleichen geht hier sowieso nicht. Also... Genau. Das war schon mal nichts. Ich bin unterwegs. Verstanden. Ein einziger. Ja, Unterstützung. Ja. 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 Ah, kühle Elemente, endlich. Medigil und Terminalzugriff, au. Einige Credits erhalten und ja, dann gucken wir mal, was hier los ist. Oh, nichts weiter. Wollt ihr nicht mit? Einverstanden. Ich bin gleich da. Verstanden. Schon unterwegs. Groganer. Mit Hörnern. Oh nein. Wollen Sie den Drell? Rücksichtslos. Sogar für Sie, Commander. Reden Sie für sich selbst? Die Bombardierung auf Ilium war nicht gerade subtil. Extrem, aber notwendig. Nein, war es nicht. Und Farons zweijährige Haft auch nicht. Dr. Tissoni, Ihre Einmischung hat das alles verschuldet. Farron hat mich hintergangen, als er ihnen Shepard's Leiche übergab. Der Drell bezahlt ganz einfach den Preis dafür. Hey, kannst du mal sagen? Nein, ich bin dein Vater. Das ist gar nicht witzig. Bleiben wir mal bei der Sache und dem Universum hier. Ihre Verbündeten sind Monster. Jemand muss Sie für Ihre Zusammenarbeit mit den Kollektoren bestrafen. Es war eine Partnerschaft zu beiderseitigem Vorteil. Ihre Ankunft passt gut. Das Angebot der Kollektoren steht noch. Und Sie sind am Ende. Eine Basis dieser Größe ohne Crew zu betreiben dürfte nicht einfach werden. Sie sind alle ersetzbar. Ihre Ankunft ist lediglich eine Unterbrechung. Genug geredet. Meine Operationen sind zu wichtig, um von einem Verräter gefährdet zu werden. Für jemanden, der kein Rückzugsgebiet mehr hat, sind Sie ganz schön selbstbewusst. Sie reisen mit faszinierenden Gefährten, Doktor. Ich bin überrascht, dass die Justikaren mitgekommen ist, Tissoni. Angesichts ihres Fehlschlags auf Omega. Sie legen an niemanden mehr Hand an. Es ist sinnlos, mich herauszufordern, Asari. Ich kenne alle Ihre Geheimnisse, während Sie im Trüben fischen. Ach ja? Sie sind ein Jagd. Eine Spezies ohne Raumfahrt, die auf ihrer Heimatwelt unter Quarantäne gestellt wurde, weil sie die ersten Kontaktteams des Rats massakriert hat. Diese Basis ist älter als die Entdeckung Ihres Planeten. Vermutlich haben Sie den ursprünglichen Shadow Broker vor 60 Jahren getötet und seinen Platz eingenommen. Ich nehme an, ein Trophäenjäger hat sie von ihrem Planeten geholt, weil er einen Sklaven wollte. Oder ein Haustier. Na, wie war das? Ich gehe. Steck Diotik ein. Oh! Oh! Munizierung! Beweg dich! Ah! Halt! Nicht da! Nicht da! Nicht da! Da oben hin! Wir sind unter Kontrolle! Wir sind unter Kontrolle! Ah! Ah! Wo seid ihr denn alle? Warum macht ihr denn nichts? Bin ich denn ganz alleine hier? Ah! Scheiße! Das müsste sie ausbremsen. Nein! Daneben! Warum? Ah! Liara, warum sagst du sowas zu ihm? Das macht ihn doch nur sauer, der hat drei Münder! Haha! Das ist die richtige Waffe gegen ihn. Nicht gut. Nein! Nein! Alles nochmal! Wahrscheinlich. Ach, die werden doch jetzt wohl einen Speicherpunkt mal zwischendurch angelegt haben, oder? Wenn nicht, dann höre ich auf. Hahaha! Aber jetzt ehrlich! Dieser schöne Ladebildschirm immer! ... ... ... ... ... ... ... ... Keine Schilde! Oh komm! Die ganz gut laufen! Nein, 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 nein! Oh, renn! Um die Kurve! Nicht vor die Wand! Dahin die Treppe hoch! Die Treppe, Treppe, Treppe! Oh nein, nein! Spiel mit dem Ball! Keine Schilde! Oh nein! Hier! Dann müssen wir sie ausbrennen! Du machst auch noch mehr? Sonde, 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 Sonde! Autsch! War das weh? Der Schild ist kinetisch sensitiv! Energie und Projektile prallen ab! Dann machen wir es auf die harte Tour! Genau! Raub jetzt! Oh nein! Ach so! Da sind sie! Oh! Schilde sind ausgefallen! Singularität! Gut geht's? Gut geht's? Rennen! Rennen! Diesmal! Nein! Sie totschatten! Wir, 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 wir schaffen es hier. Déjà vu. Singularität eingesetzt. Sir! Er ist zu schwer zum Fliegen. Warum sitzt du denn nur da? Mach doch was! Das müsste sie ausbremsen. Ich glaube, das macht eben gar nichts. Er stört sich gar nicht daran. Hier ist gut, sagst du? Ich bleib lieber hier. Viara weiß, was sie da tut, hoffe ich. Sie ist beleidigt. Oh nein, wir rennen lieber weg. Setz die Jortik ein. Was wollte er sagen? Was war die Hesse bereit? Oh nein! Das müsste sie ausbremsen. Du sagst das immer! Da passiert nichts mit ihm! Sette Biotik ein! Oh nein! Warum mache ich die Kugeln sowas? Die sind unter Kontrolle! Die sind unter Kontrolle! Die sind unter Kontrolle! Sie sind unter Kontrolle! Sette Biotik ein! Du stehst ja immer hier! Nein! Schnell, 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 schnell! Wenn Sie ihn dazu bringen, den Schild wieder hochzufahren, habe ich eine Idee. Vorsicht! Oh! Rennen, 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 rennen! Nein! Oh! 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 Ich hoffe, mit dem Schild kriegen wir dann gleich. Und jetzt noch die Panzerung. 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 ja ich wir haben uns verändert sie haben ihre mission und jetzt müssen wir uns erst mal unsere optionen ansehen keine schutzmaßnahmen oder user beschränkungen als hätte er nie damit gerechnet dass jemand außer ihm hierher kommt und es gehört alles uns was haben wir über welche art von informationen reden wir hier ich bin nicht sicher ich muss seine dateien durchgehen haben sie später wieder dann habe ich sicher etwas nützliches für sie ich wollte lediglich fern retten aber ist es falsch dass ein teil von mir das hier will mit dem netzwerk der shadow broker kann ich ihnen helfen vielleicht kann ich aus diesem unternehmen etwas besseres machen ich werde sie vermissen seien sie diesmal keine fremde kommen sie vorbei wenn sie können die tür steht immer offen danke scheppert für alles mission erfüllt stufenaufstieg erfahrungspunkte erhalten 1000 gruppenpunkte erhalten zwei missionszusammenfassung scheppert hat den shadow broker besiegt eine information über die geplante vernichtung von serboros wird bekannt als liara tzoni übernimmt die beziehung der asari zu scheppert muss sorgfältig beobachtet werden schwere pistole schaden benutzen sie den forschungscomputer im labor der normandy um dieses upgrade herzustellen waffen upgrade gruppen bonus plus zehn prozent schaden für schwere pistolen verbessert schwere pistolen und handkanonen für ihre gesamte gruppe dieses upgrade verbessert den masseneffektfeld generator der waffe wodurch masse und beschleunigung jedes projektils erhöht werden kredits erhalten severus finanzierung 45.000 kredits gefunden 58.500 gesamtkredits also 100 3500 element 0 haben wir 1000 gefunden palladium haben wir 4000 gefunden bericht schließen forschung freigeschaltet natürlich die schwere pistole bevor wir jetzt weitermachen und zurück zur normandy gehen zum beispiel machen wir hier einen kleinen schnitt ich darf mich bedanken ja für euer zusehen bei dem kampf mit dem shadow broker für eure kommentare und für eure likes daumen hoch für euch macht's gut und bis zum nächsten mal tschüss schnitt